ja hallo und herzlich willkommen hier zu einem let's play von crusades king 3 schön dass dabei seid nachdem ich gestern im stream überrannt wurde dachte ich mir ich habe etwas kleiner an im jahre 1066 zwar schon aber einfach nur von der grafschaft in dem fall von münchen das heißt wir spielen im römischen reich im heiliges römische reich spiel wir im gebiet von bayern also war wirklich klein anfangen uns ein bisschen aufbauen mal schauen wie sich so ergibt was uns so erwartet und wie wir so vorankommen das ist im pause modus wir haben wirklich gerade angefangen das heißt wir werden erstmal wirklich alles einstellen den prozent bekommen wir bei renke spielen dann würde ich auch sagen wir nehmen das wachbarkeit wäre vielleicht ganz gut am anfang anziehung plus zwei verführungs einschüchterung haben wir hier die möglichkeit agenten plus drei was haben wir denn sonst wir haben uns hier aber ich wäre fast gerade weil es die erste der erste aufbau der familie ist würde ich fast auf hier gehen okay haben wir dann kann das schon mal starten wir haben jetzt hier seid noch nicht verheiratet die frage ist ja okay wir sind heterosexuell genau beim letzten mal im livestream war ich auf einmal homosexuell ist natürlich ganz schwierig kinder zu bekommen so die frage ist was brauchen wir als unterstützung wir hatten ja hierhin können wir mal aufmachen welche werte wir haben muss noch mal schauen hoffe ich krieg das so einigermaßen hin genau so wir sind hier diplomatie sehr schlecht wird natürlich jetzt nach oben schrauben äußerst schwäbisch bayerisch wäre besser die ist auch intelligent das ist noch ehrlich mit fühlend fleißig ich glaube ich nehme die judith die judith mit 21 bin 27 von daher eigentlich ganz gut ja was uns die nehmen kommen wir sogar ok mittel haben wir natürlich nicht dass wir werden starten so wir haben jetzt hier noch mal ratschläge aber die wichtige sind diese punkte das habt ihr schon gesehen es gibt ganz viele da wird gelaber das ist glaube ich die erste folge nur im pause muss ich versuche es hier anders darzustellen erstes weil ich halt kein wissen habe von dem spiel sondern wirklich testen muss und zweitens dann kann ich gleich tutorials machen da ich halt erst aus erwähnt habe machte tut es halt auch noch keine sind wir haben noch nur wenige ritter unser suffragan bischof belegt uns nicht wir haben wenig ritter genau sagt man schon können wir reinschauen ob wir da nicht noch welche an den hof holen können hat den neuner ne druckmittel natürlich nicht okay kein geld aber jetzt genügend ritter oder das eigentlich müsste es jetzt okay sein das heißt wir haben jetzt 25 1 2 3 4 5 mal schauen wie sich das dann gleich entwickelt wo wir sind erster nachfolger von von 1000 von der grafschaft von tausend von hausend okay wir können bündnisse eingehen die würde ich auch gerne eingehen und eine wahl da war aber keine keine kurfürsten sind haben wir glaube ich kein stürmrecht so das heißt wir sind da schon mal durch wir sind hier da gehen wir auch wieder hin dass wir schön klein in münchen beginnen bevor es hier gleich schon eskaliert hause entferne ich glaube ich weil wir haben noch niemanden na doch wir haben einen bruder könnten wir denen anspruch erbitten können wir ja auch mal probieren wird nicht annehmen okay dann pause raus und es geht los willkommen im spiel judith sehr schön sehr gerne schauen wir mal eben judith hat schon mal einen wert von 10 das ist schon mal ist schon mal gut diplomat ist sie haben wir ja auch gesehen das heißt wir werden hier im rat auch wirklich sie auf also gibt uns generell gute werte dazu und herrscher helfen erst mal und vielleicht hier ganz gute werte bekommen aber zu mir schon mal verbunden sehr schön das ist die frage wenn wir hier erster nachfolger sind wie es aussieht noch mal kurz pause wir haben hier einen wert von 11 während das spiel ich habe pause rausgekommen okay wollen wir das geld nehmen ich denke ja ne geld ist glaube ich gerade wichtiger ähm ich würde gerne gucken wie die wahrscheinlichkeit ist ja passt auch nicht da ist mein bruder ne ja ja das ist ja mein bruder wie wahrscheinlich ist 24% ist sehr gering ne haben wir hier einen besseren er könnte noch unterstützen gleiche prozentsatz ähm haben wir einen besseren wert denke nicht auch nur 11 wir könnten aber höflinge also auch damen einsetzen die frage ist warum ist der wert so schlecht okay das heißt wenn wir hier gegebenenfalls auf mehr und dann nur ein er hat auch nicht viel wert war ein kleiner nämlich zu sagen null okay das bringt gar nix ja müssen wir wahrscheinlich in den krieg gegen den bruder ziehen oder hoffen dass er keinen nachwuchs bekommt ne so das heißt brauchen wir raus es geht weiter das ist eingetroffen kampf neun dann ist es wieder bestimmt geld ne hofarzt ne ach so der habe ich ja glaube ich schon ne an den hofboden an den hofboden das habe ich ja gehört okay müssen wir mal schauen wir haben fünf genau dann haben wir eigentlich die armee komplett rausgehoben ich denke merken es wäre der gast eingetroffen 22 40 ok das glaube ich ganz nice da können wir jetzt dementsprechend auch haben wir hier ganz gewährt ganz kurz im rad durchgucken anspruch gemeinde fingieren ich würde mal den jetzt gerne nehmen weil er genau zwischen uns und uns und unterm bruder ist dann haben wir rat reimliche angelegenheit stehen denn unsere werden nur ein aber der ist auch schlecht eingestellt ok holt genau haben wir den das haben wir hier lehre drohen mein ratspitz ließ den priester vorführen um einen großen komplott zu enthüllen und darüber zu urteilen doch als der priester sich weigerte ein geständnis abzulegen hatte bürgermeister siegfried keinerlei beweise um seine anschuldigung zu unterstützen und zu stützen und zu untermauern da können wir nicht einsetzen so viel oder haben wir eigentlich für eigenschaften feige schüchtern geduldig ok nehmen wir die 100 weg erstmal ne ach schade bringt alles nicht so gut an aber hause haben wir noch drin draht oder wieder das heißt meine angelegenheit er wird aufgeboten beziehungsweise das ist mal hier den ausbilden hier steuern eintreiben oder wie ist es denn in münchen da haben wir 100 prozent ansprach das passt alles ok das heißt wir werden steuern eintreiben ok alles eingestellt weiter geht's pause weg und dann geht es weiter wir haben schon was investiert neues gesetz lehnseherr hat das gesetz begrenzte lehnautorität erlassen ok bedeutet wir können hier wechseln wir haben ja den bürgermeister hier neues gesetz haben wir gemacht einfach weg ist es war ich hoffe ich konnte lesern uns noch kurz zurückspielen keine pause machen tut mir leid so richtig die steuerung nach rechts klicken so links klicken so geht auch weiter wir versuchen jetzt hier uns aufzubauen eltern sind tot wir sehen wir dann den vater den großvater wir haben wir müssen noch mal gucken ob man nicht hier beeinflussen können das heißt wir werden mal schauen ob wir hier unterstützen okay das haben wir hier manchmal war es gehofft dass es nicht so weit kommen würde ich habe keine andere wahl ich muss meine berufung als radsverwalter von bayern mit bevorteil zurückziehen zurückweisen wir werden wirklich im kleinen jetzt beginnen wie ihr seht der komplette beginnt auch jetzt was können wir noch machen ja das kann ich machen die wahl in italien interessiert uns nicht wirklich beziehungsweise im römischen reich weil wir halt keine kurfürsten sind das wird noch ein paar jahrzehnte dauern wenn das überhaupt dazu kommen das ist schon gesehen hat jetzt was ok ok wir müssen bekommen ganz gut geld ja meinung erhöhen das machen wir auch schon ok wir werden jetzt auf unseren lebensherrn kein anspruch erheben erst mal das macht nicht wirklich sinn ne aber wir sind zumindest schon mal ein jahr weiter gekommen im ersten ersten folge das finde ich schon mal ganz gut bauen können wir nicht wirklich was wir haben kein geld bringt uns fehlen aber einfach die 150 gerade die ersten ziehen schon rum brechen sich gegenseitig brechen sich gegenseitig brechen sich gegenseitig brechen sich gegenseitig bleib weg von mir bleibt er nicht so wie es aussieht hat sich weiter sehr gut gegen herr zu otto ist denn da drin hier gucken dagegen lebensjahren aber es ist noch nicht die schwächen sich nur gegenseitig jetzt erstmal glaube ich also wie sagt man nun meine meinung ich habe das spiel zweimal angefangen aufgabe beendet und euch drum was will 66 ja okay dann haben wir den anspruch auch zur kenntnis genommen drei leute das hat er hat 186 und werden verbündeten kraft die pols wir haben ja auch ein wie stark ist der kraft 300 wie stark ist unser bruder ich denke dass wir in der nächsten folge hier versuchen werden die baronie von geisenhausen also die grafschaft hier zu das bistum und erding und das ist die grafschaft von geisenhausen anzugreifen das alles in der nächsten folge ich hoffe ihr seid wieder dabei bis dahin euer steffen ciao